Im Mazda Auto ist Hellwig in Hoyerswerda und Bautzen hatte am Samstag der neue CX-30 Premiere. Flott und schnittig kommt der jüngste Mazda Spross daher. Viele Gäste, wie hier bei Hellwig im Gewerbegebiet Seidewinkel am Stadtrand Hoyerswerdas, nutzten die Gelegenheit, um ihn bei einer Probefahrt näher kennenzulernen. Daneben gab es weitere Schnäppchen bei Neu- und Vorführwagen. Auch die Feuerwehr zog das Interesse auf sich. Die Kameraden zeigten in einer Vorführung, wie nach einem Unfall ein verletzter Fahrer geborgen wird.